Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Quassard mit Chirurg. Hallöchen! So, wir haben wieder dieselben, oder ich jedenfalls, dasselbe Fahrzeug, aber andere Bewaffnung, und zwar die Zeitkriegdrohne. Und Chirurg hat auch ein kleines, etwas höheres, aber dieselben Dings. Dieselbe Bewaffnung, aber ein bisschen höher. Ne, 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 ne. Ah ne, Grenadierdrohnen, ah. Grenadierdrohnen und die Anaconda-Besatzung. Das ist ja eigentlich mein Sward-Fahrzeug, etwas umgebaut. Genau. Etwas umgebaut, es fehlt noch Lachs. Ne, Lachs ist drauf. Lachs. Tattoos, hättest du bald gesagt. Das Skin-Bereich fehlt noch, aber das muss ich noch abholen. Ja, gut. So, das passt alles. So, jetzt eine Runde mit Sidekick. Naja, da musst du halt ein bisschen näher dranbleiben, ja, bei Sidekick-Drohnen. Das wird... Ja, ich hab da einstehendes. Wird, glaube ich, schwieriger. Ne, mal gucken. Die schießen aber auch leider nicht beim Vorbeifahren, ne, am Gegner. So, wenn du in der Testfahrt bist. Ne, 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 die brauchen leider eine Weile. Das ist das. Ich meine, wir sind zwar jetzt ein bisschen tiefer von der PS, aber... Ah, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich nicht, ich hab jetzt zugelegt. Ne, ich hab ein bisschen abgebaut. Was eigentlich so Schnuppe ist, weil... Ja, Matchmaking ist wieder, ne, on point. Obwohl, diesmal passt. Diesmal sind wir sogar die Teuren. Passt jetzt schon. Diesmal sind wir sogar die Teuren. Aber ich bin jetzt langsamer, ne, also... Na, das Fahrzeug hab ich gelöscht, was du da hast. Ne, das kannst du nicht haben. Wie gesagt, das hat... Achso, aber das sieht so ähnlich aus wie das andere. Naja, wie gesagt, das ist etwas länger, ein Stück breiter. Weil die Drohnen sind jetzt besser geschützt. Mhm. Da vorne ist der Rion. Der Rädich und die rauszuknallen... Feuer. Das wär die schnellste Variante. Okay. So, wir können. Einsatz. Ja, ja, ja. Kommt, meine Drohnen. Ja, ich hab da Abschlusshilfe. Drohnen, wo seid ihr? Da ist ein Gegner. Komm, da ist Olivia. Wo seid denn ihr? Ach, da. Oh, ich hab ein Gegner zerstört. Was, 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 was? Wird es dir zerstört? Ha, 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 ha. Aber gewonnen hattet. Der war bestimmt Lanzo. Gewonnen hattet. Das war Lanzo. Der hatte zwei Drohekos und Mähdrescher draufgehabt. Oder so? Aber warum hat der mich gewonnen hattet? Ich meine, ich hab den nicht gesehen. Der ist mir in eine Seite reingefahren, volle Kanne. Wir müssen irgendwie... Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ich trinke einen Kaffee, ich guck dir was zu. Ich guck dir was zu, Socke. Du meine Drohnen sie blockieren. Da ist Christopher. Christopher. So, ab ins B. Los, ab ins B. Oder ins A. Guck mal, da ist Green auch sein Bruder. Das ist der große Bruder, der ist all green. Der schiebt noch nicht weg. Jeder, egal. Ich muss auf A. Aber schnell. A geht schneller oder so. Ja, A geht schneller. Und jetzt verteidigen. Jetzt verteidigen, Socke. Ja, warte erstmal. Ich hab keiner nix. Ja, aber jetzt gleich. Ich müsste mich eigentlich schneller bewegen. Ja, aber gut. Du hast ja jetzt... Ist ja jetzt alles ready. Jetzt müssen wir zu sehen, dass wir A jetzt hier... Einnehmen, dass wir gleich wieder... Schnell einnehmen und nach B rüber oder so. Keine Ahnung. Am besten nach B. Am besten nach B. Und das ganz schnell. Ja, so ist gut. Oh, das ist ja hier ein Hin- und Herge-Capturer. Warte, dann muss ich jetzt mal hier... Aber einer ist bei C. Also ihr seid gerade aktuell im Vorteil. Hoi. So, dann schulst es langsam. Obwohl, A wird wieder zurückgenommen. A pausiert. Jetzt musst du aufpassen, sonst kriegst du den gleich ab. Aber er kommt. Haha! Oh, Jö. Oh, nochmal Glück gehabt. Da ist ja, Green學生. Großer Voter. Er lebt man. Na, toll. Ein D-Capturer hier, ja. Der Ja, gewonnen! Was? Was, 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 was? Wir haben gewonnen! Unglaublich! Unglaublich! Ich hab alles gegeben. Unglaublich! Das war zwar vielleicht nicht so die Abschlussrate gut. Unglaubliche Kiste gerade. Einen hab ich glaube mit weggemacht, aber mehr ne. Beim anderen wurden natürlich meine Drohne eiskalt geblockiert. Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Genau, schießt auf Jakob Oh, ich will mal kurz mich tornen Das ist mir zu heiß hier Mhm, meine Drohne sind kaputt Boah, ist das hier enger Wollen wir mal ganz kurz in den Kreis fahren Meine Drohne Ja, ich mach Jakob bitte entsorgen, ja Ja, ist das schon kaputt? Jetzt Okay Das ist halt das Bereichenbau Wenn die Bots eben sich ausgesperrt haben Ja, ja, die fahren nicht hinterher, ja Die kannst du neben den stehen, neben den Bot Die hören dich erst mal Bis wenn er den Schuss fällt Also keine Ahnung, ich stehe das neben den Bot Der hat sich nicht geschossen Kommt, meine Drohnen Oh, oh, ich stehe hier falsch Geh weg, geh weg, beschütz dich Kommt, meine Drohnen Au Beschütz dich Oh, der zweimal die Elephant Du kannst mich nicht mehr beschützen Aber ich muss sagen, das Fahrzeug ist mit diesen Cyclic Drohnen nicht gut geeignet Ich glaube, Fuse Drohnen Absetzen, absetzen Fertig, auslecken Aber im Kampf bleiben ist, glaube ich, schlecht Ah, okay Ich hab nichts mehr Okay Gieß noch Gieß noch Okay, jetzt wollen wir Ja, das will ich machen Ja, der hat persönlich nichts mehr Oh, ich hatte 56 Punkte, hatte ich Wow Wieso kriegt man immer ein gutes Team und dann nur noch Müll Ja, übers Tor Wieso übers, ins Tor So, wie haben wir denn hier alles Wie war der dein Stream gestern eigentlich Ja, ja, also doch Ist das jetzt schon geheimnisvoll? Nein, 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 nein Ähm Ja, die üblichen Verdächtigen waren wieder mit am Start, ne? Du Ich Miss Nussbrick Rinox Kyra Karschen war dabei Zerx war dabei Also Alle mitgearkt Ja, nicht mitgearkt, aber mitgeguckt Huh Was denn? Oh Was ist jetzt los? Ich hab grad einen Schuss, aber nicht von mich bestimmt Entschuldige Sorry Aha Ich hab mich schon grad Sorge gemacht, was ist denn hier los? Ey, Drohnen, kommt mit dir! Hier ist ein Bad Ja, ja Wir müssen das kaputt machen, höre Schieß doch mal, ihr blöden Drohnen! Auf wen wartet ihr? Sag mal, die Fahrt dran vorbei! Die haben noch nicht einen Schuss abgegeben Was ist das? Das ist das hier? Die Sidekick Drohnen sind scheiße Naja, deswegen sag ich ja Also hast du einen Radar oder sowas? Ja, ich hab sogar ein großes Radar Ich hab sogar hier Maxwell drinnen Maxwell und ich hab sogar noch ein anderes Radar, auch noch mit dran Also ich hab eigentlich die ganze Karte hier im Blick Aber die fahren selbst an den Gegnern vorbei Das juckt denen überhaupt nicht Oh, ich hab erst für Pauline Abschlusshilfe bekommen Ich auch Ich muss doch meine Drohnen wieder neu ausrichten Ja, die fahren noch nicht mal Nee, 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 Pauline, nee, nee, Pauline, die helfen mir, die kann ich mir helfen Fahrt da um die Ecke und helft da mit, ey! Verdammte Kackdrohnen Ne, ich glaub das Fahrzeug ist dafür nicht geeignet Ich kann nicht ins Gefecht gehen, ich bin ganz schnell Käsekuchen Bei mir geht's eigentlich relativ, also Ich hab die mal gesprengt Ich werd mal ein bisschen in Deckung gehen Bis das Chamäleon, die Drohnen wieder da sind Ich meine, die sind da viel schneller da Als die anderen Drohnen, das ist richtig Aber, naja Na, 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 na Kommt meine Drohnen! Nein! Oh, nein, ich fahr natürlich in die Skopien Nein, hundern, 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 hundern Was, tot von oben, wie denn das? Ah, 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 ah Ich hab keine, ich hab mich auch noch irgendwie gegen die Scheiße Und die hat dann eine Pockyball in der Ice Mushroom Ah, meine Drohnen sind Du bist das Letzte, ich bin da genau rein gefeuert Toll! Und dann schießt er mit der Skopien und durch alle Räder weg Mit einer Seite Ui! Ich hasse das, dass der Schuss wirklich so direkt immer durchkommt Ui, was? Der Arsch! Kommt meine Drohnen, schießt! Macht ihn fertig! Ich halte hier durch! Ich halte... Ich halte hier... Ich halte hier die Stellung! Ihr seid doch beschissene Drohnen Die Drohnen seid ihr! Also nur eine Runde und dann schweiß auf die Drohnen Die verkauf ich! Was kann ich... Warte, warte, ich muss kurz... Ich muss kurz gucken Ich muss kurz gucken, was kann ich mit die Drohnen bauen Die Drohnen, die werde ich verbauen in irgendwas Sinnvolles Also da... Entschuldige Dann haben wir lieber die... Die Granadiertrohnen, aber die seid getrohnen Ey, die sind ja der letzte Husten Der letzte Husten sind die Wir gucken die erstmal zu, warte mal Warte mal Oh guck mal, unser Boss, der wird gerade beschossen Oh guck mal, oh guck mal Was, lass mich ran da, denn sie will ja Was, lass mich ran da, will da? Äh... Aha Ja... Ja... Du mich auch, Kollege Ritterkommandant Naja... Naja... Ritterkommandant Na, es wurden auch Ferien, wa? Niki! Wurde besiegt Niki! Hui! Da ist auch hier, Ritterkommandant Naja, lass mal... Kompletten Ritter bei der Kommandant Dann mach ich mal nicht... Ich mach mal nicht meine Drohnen spreng Dann weg So, da hab ich nämlich gleich bereit Hier fürs Cap Komm hier rum Ich hab einen kleinen Ritter angerollt Das wüsst ich Hier ist... Satara Macht ihn fertig Macht ihn fertig Schießt Kommt, ihr steht daneben Sag mal, ihr seid Kackdrohnen Ihr seid beschissene Hässe, ihr Kackdrohnen Oh, scheiße Komm mal hin Mein Gott, ey Die haben noch nicht mal geschossen Die Pissdinger Also die seid... Also meine... Ah... Ich kauf mir gleich für die 1000 Coins Die ich gerade wieder habe Kauf mir gleich Anacondas Hm... Ne, ich hab doch noch... An die Flugdrohnen kann ich hier nicht verbauen Stimmt ja Ja, Flugdrohnen ist eine Sache Da kann man... Wenn du selbst Turm tust Du bist immer noch sichtbar Ja, darum, darum, darum Ja, Flugdrohnen ist auch so eine Sache für sich Also Turmdrohnen ist, muss ich sagen Die sind wirklich... Eigentlich sehr effektiv Sobald's Piep Piep machen Ja, gut Ähm... Nachteil... Nachteil ist, du kannst die halt relativ schnell umfahren Ja, das ist klar Das heißt, das ist Nachteil Du kannst die schnell schnell... Egal wie Nahkampfmäßig sind sie ruckzuck weg Wie sieht's denn bei euch in der Mitte aus? Alles safe? Ich geh nämlich grad aufs C Ja, ne ne, ist noch grün Hackspamm Mensch, tic schneller Ich geh mal hier in die Tarnung Kommt meine Drohnen Wo seid ihr man hier? Mann Ich komm schon Ich komm schon Ah, fuck Drohnen hier, ey Ich komm schon Zack Dann pflegmaa Jawoll, den ersten haben wir Ohhhh Dauert hier drei Jahre, wisste Mensch, musst du hier die... Die Drohnen musst du hier selber kaputt machen hier Kann doch nicht wahr sein hier So Drohne, komm Attacke jetzt hier Komm, Feuer Nicht bei mir Feuer Oh, wo kommt der jetzt her? Achso, das ist du Das ist... Nein! Nein! Du hast mich an der Flucht gehindert Ich will dir eigentlich der Hilfe Ich muss doch mal Sparschuhe holen Wenn du meine Drohnen gehst ja nicht Oh, meine armen Nachbarn Meine armen Nachbarn Eigentlich scheiße Ne, also die Drohnen, die... Ne, die verkauf ich Da kenn ich nix Ui Ui Ja, mir egal Zack Achso Socke räumt auf Er hat ne Nemo Wai? Wo sind denn deine Grenadierdrohnen hin? Achso, cool Die wurden abgeschossen Achso Ja guck immer, die schießen wenigsten Ja gut, treffen dich immer aber trotzdem Ja, die sind ganz gut Ja, die sind ganz gut Naja Oh, oh, jetzt kriegst du gleich hinten einen rein Oh, ne, doch nicht Uuhu 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 Wo ist die Drohne hin? Schieß doch mal Drohne da hinten Schieß doch Mach mich weg jetzt Mach mich weg jetzt Ich hab nix mehr Na los jetzt Uuhu Ich hab alles gegeben Also wie gesagt, Granadierdrohnen ist wirklich was feines Uuhu Was ist das? Achso, Hans auf Level 9 hab ich jetzt gerade Ich mach noch eine Runde, eine Runde und den, den, den Ah, doch noch eine, eine Eine noch und den Ja, aber die verkaufe ich, warte ich muss gucken Ich glaub bei Firestarters Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher Ne, warte mal, wo kann man die scheiß Drohnen bauen? Ja, da musst du gucken bei Drohnen rein Es gibt doch so viele Drohnen, gibt's doch gar nicht dabei Nee Warte, hier, hier, Zeitkick Drohnen Für Kaukasus Ich baue mir Kaukasus davon Oder hier, ich baue mir noch ein paar Spinnenbeine Irgendwas Egal Hauptsache ich verbau die Dinger Ich baue mir Kaukasus oder ich mach mir Spinnenbeine Kaukasus, das wär eigentlich echt nochmal ne Möglichkeit Weißt du das eigentlich, Socke? Ja, hatte ich übrigens mal gehabt, 3 Stück Vier Energien, ja, davon kannst ja 3 Stück machen Ungehemmt und dann machst du hier noch ein paar Ah, oh, jojojojojo Gesundheit Ich hatte nicht Du musst mal Kaffee Ich hatte dich so weit weggehalten Den konnte ich mir abhalten Oh Gesundheit Ja, ja, danke. Mensch, das hat sich angehört, als wenn du gleich das Fenster aufgeruppt hättest dabei. Ja, das sind welche Ernergischen. Die kommen einmal und dann aber richtig. Ja, wir wären gleich im Kreis hier. Da war einer. Da ist er. Mehrere. Das war ja der Lümmel von vor uns. Der Lümmel von vor uns. Oh, die Zeitkrieg-Drohnen, die haben echt keine Reichweite mehr. Die sind doch echt über, die Dinger. Die fahren doch nicht mal hinter diesen Schussfrack, wenn du auf der anderen Seite stehst. Ich sehe nämlich hier keinerlei, doch jetzt sehe ich mal Schaden sein. Wow. Weil sie gegen eine andere Drohne gekämpft haben. Mein Raketum ist schon ganz dingig drin. Ich würde aber zu meiner Rakete hinterfeuern und dann war's das. Von hinten. Toll. Irre, ich verkauf die Dinger. Zurück zur Garage. Verkaufen. Danke. Nein, ich baue da von Kaukalsus. Zeitkrieg-Drohnen. Oh, den Wunder. Hol' ich vom Lümmel, diesen Lümmel. Oh, scheiße. Oh, das war das Skopien. Oh, nee, die blöde Skopien. Nee, das war was Großes. Das war kein Skopien, glaube ich. Nee, das war das Skopien. Sorte. Die Skopien. Ah, okay. Die hat mir nämlich einen Generator weggebumst. Weggebumst? Ja, ja. Also, nee, also Zeitkrieg-Drohnen, nee. Nee. Nie wieder. Die Kandidier-Drohnen sind wirklich was Feines. Also, die, ja. Die habe ich ja auch, aber ich wollte eigentlich mal ein bisschen tiefer vor der PES. Blöde Skopien. Blöde Skopien. Jetzt kriegst du gleich einen Schuss ab. Oh, nee, doch nicht. Oh, was hat der nicht, warum hat der nicht geschossen? Nein, geh weg. Auf, drauf. Los, höll ich runter. Ah, beschießt ihn. Los, die, die, die so blöd ist. Warte, ich fahr nochmal hin. Bleib dort. Bleib dort. Ihr bist dort. Ey, die sind so blöde, sind die Dinger. Jetzt soll ich weg. Oh, er weicht gut aus. Er weicht gut aus. Ja, nein, ich habe ihn. Falsch. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Schießt. Warte, ich geh hinter. Oh, 900 Schaden. Wow. Bleib dort. Oh, oh, oh. Bleib dort. Jetzt sind sie kaputt, oder? Bleib dort. Warte, ich geh wieder. Mir fällt vor Reifen. Hm, dezent. Jetzt, ja, die Spinn ist gleich tot. Ja. Socke, ich mache in der nächsten Folge, mache ich auch nochmal. Ich mache grenadieredrohen. Ich habe ja auch zwei, ja. Ich glaube, ich mache noch eine Fußedrohne dazu. Sprengt er sich? Nee. Hä, wo sind die jetzt hin? Hä? Hat der da auch Drohnen gehabt? Ja, ja. Ach, der Türme hat der. Türme. Türme haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, die haben ja nicht alle verbaut. Socke. Socke. Oh, die machen aber auch gut Damage, ja, die kleinen Dinger. Ja, ja. Wie macht ihn jeder diesen Bund? Ja, nein, Bund, ja! Nice. Oh, ich habe ganze zehn Punkte. Oh, alles. Die Punkte hast du gesehen. 3300. Nee, habe ich nicht gesehen abends. Ich hatte nur zehn, darum habe ich gleich weitergeklickt. Nee, aber Daniel, man kann es ganz gut sehen. Man muss gut schnell sein. War ein 3300, wäre sogar ein 29 oder ein 33, das war. Letzliche Punkte. Die haben wir aufgeräumt, die Freunde. Okay, palt auf. Nächste Folge, ich teste das nochmal. Ich teste das nochmal, ich werde nochmal Drohnen auspacken. Aber ich werde hier die Sidekick-Drohnen, die werde ich verkaufen. Ah, nee. Ich werde eine Fußedrohne benutzen und zwei Grenadier-Drohnen. Unglaublich. Na, Juti, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich baue hier in der Zwischenzeit kurz um. Und dann, ja, ne, nächste Folge denn. Dann will ich auch mal mit Grenadier drohen. Enttäuscht werden. Enttäuscht werden, genau. So, Juti, haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.